Meiköl Veggie Eine hohe Fasernahrungsergänzungsmittel sorgfältig aus feinstem, rein natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Es enthält folgende Gemüsenkräuter und Pilze. Flohsamen, Sellerie, weiße Maulbierblätter, Ginkölbilleüber, Ingwer, Zitronengras, Schietackerpilz, Büscheligerrasling, Mai-Ritterling, Igelstachelbartpilz, Lungenseitling, Mais, Limette, Orange, Spirulinerplatensis, chinesischer Tee, Clementinenschale, Zimt, Sternanis, Gewürznelke. Es ist hoch in sowohl lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Fettarm, zuckerfrei, folästerinfrei und die beste Quelle von Faser hoher Qualität. Meiköl Veggie hilft, den Körper zu entgiften, indem es den Verdauungstrakt sanft reinigt und die Entgiftung des Darms fördert. Der hohe Gehalt an Ballaststoffen durchspült die Darmschleimhaut und reinigt sie. Das ist wichtig, denn es nützt nichts, sich gesund zu ernähren, wenn das Verdauungssystem in einem schlechten Zustand ist und die benötigten Nährstoffe nicht aufnehmen kann. Meiköl Veggie kann auch als Mahlzeitenersatz im Rahmen eines Programms zur Gewichtskontrolle verwendet werden. Sie können ihn zu Joghurt, Orangensaft, Eintöpfen, Salaten oder anderen Gerichten hinzufügen. Joghurt, Orangensaft, Eintöpfen, 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 Eintöpfen. Joghurt, Orangensaft, Eintöpfen.